Ah, war das schön. Sieht mal, das ist Lady Rosabelle. Nun gut, sie hat also nicht gelogen, was das mit der Königin angeht. Soja, eine edle Dame wie sie. Ach, da wäre ich mir ja nicht so sicher. Oh, man passt schon klar. Auf sie mit Gebrüll. Platt machen. Es tut mir auch mal leid, ich möchte gegenfliegen. Mach es doch. Oh, wir sehen noch, wie sie gegenfliegen. Schuckern out. Das ist auch eine Option. Das Einsperren war echt nützlich in der Situation. So. Ähm. Springen. Hier gibt es wieder explosive Fässer. Aua. Und was zum Feststellen, glaube ich. Ha. Ich sehe da was. Wee, Wasser. Ja, da kommen zumindest nicht mehr die blöden Spitzen da unten rein, ja? Ist doch nicht gesperrt. Du kannst einfach rüberschwimmen jetzt, tatsächlich. Kannst du, nee, einfach das Zahnrad da drüben einfließen? Aber wir müssen trotzdem da noch hoch. Machst du Interesse halber? Ja, solltest du, glaube ich sogar. Bitte mal. Aber das hat Lumi bis jetzt noch nicht einmal gemacht. Das ist vielleicht schon Timing. Du musst die Plattform so gedreht sind, dass du draufkönnen. Du musst das passend einklemmen. Nee, das muss vorne sein. Das ist ein Hellgrund her. Jetzt. Perfekt. Jetzt müssen wir hier noch drauf stapeln, um da hochzukommen. Zaubereraufgabe, jetzt müssen wir auf dem Plattform noch stapeln, um da hochzukommen, würde ich sagen. Sonst kann ich nur sowas machen, ja? Sonst kann ich nur sowas machen, ja? Irgendwo in den Drogs vorwerfen. Perfekt, hab's. Vor allem, ich habe zwei oben? Ja, ich habe eine schon zu reingesagt. Achso, alles gut. So, nochmal stapeln. Stimmt, hier ist wieder was rüber. Alles klar, so unerfält. Stapeln! Nein, da wo Benni rumspringt. Hopps, hopps, hopps. Ah! Da ist doch bestimmt noch mehr, oder? Ah, ha, ha, ha. Da rechts oben so aus, wie, das wäre dann noch was. Ja, komm, ich habe wieder eine Aufgabe mit Wasser. Wer geht jetzt da, Quetschwindelchen lang? Nee, weil du zu schwer bist. Au! Ey, wie soll ich denn jetzt? Ui! Au! Gelangweilt? Geil! Gelangweilt? Aber noch eine neue Einzug. Gefangen? Na jetzt, komm, wer macht? Jetzt kannst du es schieben? Numi! Lass dich mal runter! Lass es mal unten, lass mal unten, lass mal, lass mal, lass! Warte, 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 ich muss es festhalten, es bleibt nicht von selbst unten. Ui, jetzt drückt es das Wort, ach nee, jetzt hat es unten eine, ja klar, eine unterirdische, ähm, Wasser-Dinges, oder nee, es war Salzwasser und Süßwasser ist reingeflossen. Äh, willst du mir noch was einsammeln, mach, was haben wir, ey, drei, zwei, eins, ah nee, klappt nicht. Wo, wo findest du denn dann noch was zum einen? Ach, da oben! Ah, jetzt. Jetzt habe ich es auch. Befreist du mich auch wieder? Achso, Entschuldigung. Nein! Das habe ich nicht gesehen. Gebackt, ich wurde einfach verschlossen. Bei mir warst du so an die Wand gebracht. kann doch das springen hier nicht jetzt geschafft was soll wo geht denn hier hin oh tschuldigung Herr Benni was für dich sorry ich wusste nicht das ist hier direkt dann gehts zurück oder so ich kann halt nix machen ja ich weiß nicht ob der Schaden nimmt wenn ich ihm Sachen aus dem Hotel musst du rechts oben gucken aha machst du fein Benni ich geh mit Mühe ich glaub er nimmt ein bisschen Schaden ich schaff das hab ihn oh du bist tot so schlecht ich hab einfach von der Ferne drauf gehalten ohne es zu sehen ohne es zu sehen Königreich wird bald wieder sicher sein sollen wir zum Haus zurück gehen nicht so schnell ich möchte mich zuerst umsehen vielleicht finden wir diesen königlichen Schatz den Rosabelle erwähnt hat Hallo Kemi Ja kann ich jetzt abschießen aber meine Freunde die verstehen englisch aber wir spielen in Deutschland weil unser nativ Deutsch ist viel einfacher Hallo willkommen zu meinem Channel anfurt schenke alten was den maus die streamen hatte wurde wo ist sie denn jetzt ich weiß nicht ob wir mehr recht oder weitergehen Geht das? Nö, geht nicht. Ja, kann man übrigens rumfliegen. Ich glaube, es war einfach zum Umsehen. Ich glaube, mehr zum Umsehen ist ja erst mal nicht, oder? Aber zurück kann ich auch nicht. Du kommst ja auch nie raus. Äh? Den verstehe ich nicht. Äh, vielleicht das Buch lesen? Oh. Das kann man nämlich auch nicht skippen. Wahrscheinlich, weil wir wissen müssen, dass wir durch den Waschraum gehen müssen. Ja. Ah, guck mal, der Trine kommt. Das Seelenartefakt. Eine große Macht. Ich könnte dich mit ihm zurückbringen und das Königreich wiederherstellen. Okay. Das konnte ich jetzt nicht. Kommt schon, folgen wir ihm. Ich bin doch der starke Mann bei uns. Cool, Lumi huckt nur runter. Wir bleiben nur stehen und gucken hinterher. Bin ich gut. Nach dem Kampf gegen den Koboldkönig durchsuchten die Helden das Schloss. Sie fanden seltsame Hinweise auf eine weitere Prinzessin. Anscheinend hatten sich Isabel und Rosabel einst sehr nahe gestanden. Aber was ist ihnen zugestoßen? Obwohl Amadeus es nicht wollte, führte Zoya sie zu den Kellern, um die Geheimnisse zu ergründen, die im Dunkel verborgen lagen. Genau, Zoya, du gemeine Dame. Wir sehen uns mal schnell um und gehen dann wieder nach oben, ja? Oh, hier waren Sachen zum Finden. Hab ich sie durch die Kamera überhaupt nicht gesehen. Ich auch nicht, das ist aber glaube ich Absicht. Tschüss. Okay. Aua. Oh, oh, oh. Was ist denn das für ein kathoser Alptraum? Tryin, tryin. Komm schon, bitte bring mich nach Hause. Ich halte das nicht mehr auf. Das ist wahrscheinlich nur ein klitzekleiner Teil von einer Riesenkrabbe. Klein? Das hier? Das ist eine Krabbe, das ist bloß ein Auge. Ich glaube, du musst da irgendwas reinpusten ins Auge. Ja, wäre ja schön, wenn ich irgendwie an die Sachen kommen würde, auf denen du draufstehst. Na, Benni, kannst du nur. Oh, du musst du uns hier hochpusten. Boop. Nee, ich glaube, du musst uns hochpusten, dass wir hier rechts hochkommen. Nie kann er sich entscheiden, oder Lumi? Was? Nie kann er sich entscheiden. Nee. Und das Stoppventil musst du nutzen, um... Ich muss es andersrum machen. Noch mal andersrum, noch eins weiter drüben. Bei meinem Tipp. Und jetzt das Rohr unten anbringen. Du musst das eine Rohr nach oben gucken lassen, auf jeden Fall. Mit dem anderen musst du es zumachen, damit der Druck höher wird. Das habe ich vor, tatsächlich. Physik und so. Nee, ist ja klar. Ich habe das Ding angeschossen. Was machst du da, Lumi? Lumi, du hast irgendwie da was vergessen. Warum nimmst du nicht das um die Ecke Ding und machst das da dran, wo das Stopp-Ding dran ist? Weil sie dafür keine Verwendung hat. Und machst das Stopp-Ding dran. Das Stopp-Ding dran, auch das andere, würde ich noch sagen. Lumi, Druck vergrößert. Ah doch, hoch. Aber das unterbricht immer wieder zwischendurch. Ja, gut. Sonst kann immer nur einer gleichzeitig. Kann wirklich nur einer gleichzeitig. Sonst klappt es nicht. Ich wollte Lumi bloß ärgern. Ich komme da nicht hoch. Ich bin da zu doof für. Und ich bin zu früh weg. Oder geht es doch jetzt? Leicht genug. Nein. Das geht gar nicht. Aber ich komme hoch. Du bist auch dein Brüsch. Ich hätte... Und jetzt ist du rechts ein Brüsch. Ja, oder so. Ist auch eine Option. Ja, genau. Einfach das Ding da hin. Guck mich, macht da auch was? Ich hätte das Ding auch von unten nehmen können. So, wir sind alle oben. Ähm, hier. Ui, da rutsch das Schreiben runter. Ihr könnt jetzt durchlaufen und durch das erste... Ja, vielleicht... Ja. Vielleicht ein bisschen mit Timing, wenn das gerade durch ist. So, jetzt... Nein. Kann man einfach so machen. So, perfekt. Jetzt wartet. Hier können wir hier. Habe ich schon. Oh Gott, ich meine, mehr Viecher. Boah, ganz viele Schleim und... Ja, es kommt immer da drauf an, wo man reinschießt anscheinend. Hier oben ist ein Haufen Sachen über uns, glaube ich. Ah! Andere Seite, andere Seite. Au, ich bin da hingeschrieben. Ich glaube, wir müssen nach rechts oben. Oh, du wurdest... Ich bin da hingeschieben. Wurde es vergiftet. Wo kommen wir denn da hoch? Ähm... Ich glaube, wir müssen aber links hoch. Kannst du das Gift kurz nach rechts kippen hier über uns? Jetzt brauchen wir wirklich alle drei, ja? Moment, Moment, Gift nach rechts kippen. Gekippt lassen am besten. Ey. So, da kann ich jetzt mal wieder belegen. Ja, ja, ja. Weicht, ich bin drüben. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir jetzt hier... Nein. Ich glaube, jetzt nach rechts gekippt lassen, ist Quatsch. Aber rechts nützt uns doch nichts. Warum gehen wir versuchen, wir nicht links irgendwie nach oben zu kommen? Aber du kannst hier wieder was dran pappen an das Baume-Ding. Dann müssen wir da hoch, glaube ich. Aber wir könnten doch vielleicht links schon hoch. Aber da ist so viel Gift, deswegen wollte ich da links nicht hoch, weil da so ein Haufen Gift ist. Cool, ich hänge irgendwo dran. Das ist ziemlich praktisch, dass ihr, weil es mich dann wenig trifft. Ja, du bist jetzt da oben, toll. Ah, da kommt was, Benni, Achtung. Aber das ist nicht so ein Problem, die kriege ich da platt. Aber die machen eine Gift-Explosion, das ist vielleicht doch ein Problem. Lumi, könntest du nochmal? Ich könnte euch ja einfach weiterbringen. Aber das wollt ihr ja sicherlich wieder nicht, oder? Du musst ein längeres da dran pappen, wenn du das hier blockieren willst, glaube ich. Okay, das wollt ihr nicht. Das willst du dann weg. Achso. Nee, das explodiert nicht. Warum ist mir das dann eben explodiert? Keine Ahnung. Aber das ist nicht blockiert. Du musst brennen es oben. Nee, macht es nicht. Für mich läuft es einfach durch. Kann sein, dass es einfach nicht blockiert wird, weil das durchlässig ist. Ja, du warst nah dran. Und doch so fern, ey. Das blockiert es nicht. Das gibt es aber nicht blockiert. Ich verstehe. Du hättest aber nach der Brücke dort eh nicht zu mir durchkrabbeln können, Lumi. Das wäre dein Tod gewesen. Hallo, Luxi. Ich finde, du darfst. Herzlich willkommen. Wir haben schon jetzt... Jetzt kommen wir bei den schweren Rätseln an langsam. Soll ich uns einfach weiterbringen? Nee, nee. Lass mal irgendwie zusammenkommen. Nicht immer nur einen durchlaufen lassen. Wir müssen doch jetzt auch hier hochklettern können, Silvia. Ja, bringt mich noch... Danke. Ich hätte dir vorher Bescheid sagen können. Du warst doch schon hier oben. Dann können wir das doch jetzt einfach machen. Ja. Lumi, ich glaube, du musst an die Kugel da was dran pappen. Lumi wird eher ex gehen. Ja, geht es jetzt auch gleich. Wieso habe ich denn das geschafft und du nicht? Aber danke, dass du was dran gepappt hast. Ja, und jetzt? Moment. Was kriege ich hin? Oh, Mann, das kriege ich nicht hin. Oh Gott, das ist schon 11. Ich dachte, wir wollten nur zwei Stunden das Spiel spielen. Ich habe vor uns gesagt, wir haben sie übrigens schon 225-3, Benni. Ja, ist ja, ist ja morgen Kauf. Davor habe ich schon gesagt, es ist schon halb elf tatsächlich, irgendwie fünf Minuten vorher. Deswegen habe ich mir dann gedacht, boah. Und ich bin halt gerade munter, weil ich habe ja vorher gesagt, ich habe den Energy Drink vielleicht nicht nehmen sollen. Ich sollte vielleicht einen nehmen. Ich baue nämlich immer mehr ab hier. Oh, oh. Kannst du nicht eine Planke dran machen, anstatt diese komischen kleinen Fitzel-Dinger? Eine schöne große Planke obendrauf. Ja. Dankeschön. Ja, das ist doch mal ein Wort hier. Da kann ich direkt so machen. Hilfe. Tschüss. Ich komme da nicht dran. Nein. Warum machst du das jetzt so? Und jetzt noch eine zweite Planke. Und jetzt noch eine zweite Planke. Lumi. Was? Eine zweite Planke auf die andere Seite. Ja. Ja, da wird sie halt erst mal hochkommen. Meine Güte. Also Lumi, das ist echt lustig mit dir zu spielen. Das ist echt super. Mach es doch unten dran. Ja, egal. Was wollt ihr denn? Ist doch alles gut. Wir kommen doch jetzt rüber. Ja. Oh, oh. Geil. Hau. Hau. Ne, nicht so was. Aber geil, wie du jetzt gerade auf den Stacheln gelaufen bist. Ja, ich halte das aus. Ich habe eine Metallrüstung, ja. Irgendwas verpasse ich hier. Ja, ich auch. Irgendwas fehlt mir hier. Über uns ist was zum Aktivieren. Also komme ich... Ups. Entschuldigung. Wie kommen wir denn überhaupt... Da rechts ist der Schalter. Wir müssen erst mal nach rechts rüber. Oh, jetzt auch noch was. Dä, 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 dä. Dafür braucht man das denn? Das wird einfach nur hier runter. Achso. Da kommen wir jetzt rechts rüber vielleicht. Oh, oh. Ich schieße einfach mal irgendwie in die Luft. Oh. Da kommen wir in die Viecher. ja das ist ein feuer fall ja ich liebe da wird er wird wahrscheinlich zu gibt also aus wie ein giftpfeil jetzt weil er so grün leuchtet du mir was machst du da hast du mich töten ich hab da oben schon ein paar sachen rausgeholt ich glaub man kann da noch ein bisschen höher bauen okay das ist ja nicht gemacht aber nein ich muss da wieder für euch ich glaub mehr ist da nicht drin würde ich behaupten geh mal rein aber komischerweise das kannst du nicht machen du kannst aber versuchen versuchen wir noch mal so ein klotz zu machen für mich aber du kannst es auf das stein was da unten drin die ganze sachen bauen ja darfst aber halt bloß nicht auf das was machen ich jetzt ich dachte ich muss man machen kannst du mir einfach nur da rein ich habe irgendwas mit magnetik und ich dachte vielleicht kann ich die hebel fern aktiviert ich würde sagen magnetik ist dass deine dinger zusammenhalten dass die besser aufeinander stehen und sowas kannst du das ganze nach rechts packen kannst du das ding ganz nach rechts packen und dann so drauf nach rechten hier links und dann so drauf bauen da drauf schultern vielleicht nicht ganz so weit verreicht aber ja das wird den turm bauen vielleicht muss dann doch ein stück weiter nach links machen was den stein von hier aus kommst du doch hoch oder oder nicht ja jetzt aktiviert den hebel und dann kommen wir auch noch jetzt verteidigen ich will mich kurz verteidigen dann mache ich den hebel aha ich habe so viel zeug so ähm jetzt hebel oh wir sind auch noch flieger bei uns ich habe den hebel aktiviert voll kommt noch mal wieder ein fliege äh ich glaube ich muss den hebel nur einmal aktivieren dann ist das aktiv glaube ich nein ja benny kommt zurück weil die eben wieder hoch gehen jetzt ist aktiv die gehen automatisch wieder hoch ja und das ist ja wenn ihr uns hier oder wo ist dein problem ich wollte es einfach nur durch helfen bei ihren gegnern und so beim scheitern zu hier oben sind auch sachen über uns zum einsammeln ich brauche mal eine kiste da wo benny stehe alles weg geholt da oben ist auch noch mal was ja da stimmt auch noch was den schalter kann ich übrigens nicht aktivieren hier hab schon aktiviert also nee wir brauchen zwei große oder drei kleider vor allem zwei mittlere und kleine ja könnt ihr ruhig springen scheiße benutzen gerade so geschafft da oben ist holz felix für dich ja wenn lumi da ihr brett hinstellt schade ich da ganz bestimmt nicht aber jetzt mach doch was du jetzt festgehalten irgendwie nicht da wo ich dachte wo du dich festhalten würdest da hätte ich auch nicht gedacht dass ich mich aua aua ich bin gestorben da oben ist irgend so ein scheiß äh hast du dich da nicht irgendwie dranhangen nein ach aber du ziehst fest da oben und mal hebel benutzen ist sie wieder ne hebel ist benutzt kann ich mal e drücken hier bei dem hebel ich kann hier rüber bauen warte mal geht mal da weg bitte wir helfen uns wieder was hier oben von uns geht doch mal bitte da weg hammer rein da oh hier ist wieder Wasser ich kann schon mal ein Wasserbissmus einsammeln oh brauche ich glaube ich Hilfe habs 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 ja aber nicht das was ich meinte brauche ich denn hier für Hilfe wow ich bin tot ne doch nicht ja irgendjemand hat hier diese teile total clever hingebaut jetzt ich bin ich konnte die Sachen holen oben ich wusste ja nicht dass du von der anderen Seite rankommst oh guck mal hier ist ja noch von der anderen Seite hochkommen wolltest ne da ist ja was zum aktivieren weiß nicht wofür wir das brauchen aber ich guck mal jetzt kann man sich hier reinstellen nice da oben ist immer noch mehr Zeug das wisst ihr ja schon oder da oben sind auch noch Zeug aber da gehen wir doch eh gleich weiter ne unter Wasser ja aber da gehen wir doch eh gleich weiter ja wo willst du denn hier links machen und dann nach rechts weiter gehen und dort alles einsammeln wo willst du denn hin hier über uns ist noch mehr Zeug kannst du das nochmal aufbauen dass ich da hochkomme ja wenn ich nochmal ne Kiste schmeißen darf dann können wir hochlaufen bei mir ist ganz gerne noch ne Kiste schmeißen und das nochmal dort so schön hinbauen ich fand das ziemlich gut gebaut von Lumi ja bis auf den Fall dass wenn man zurück will dort ne von der anderen Seite da ja perfekt ne es hält noch nicht es hält noch doch hält oder auch nicht interessant jetzt hält sie oh jetzt hält es aber hier unten hier oben ist aber nix Benni da ist aber links oben ist glaube ich noch mehr dann da oben war ich gerade aber durch den linken oben ist noch mehr warte nochmal bis die Brückenbauerin die Brücke fertig gebaut hat aber die Brückenbauerin ist ganz schön langsam könnte mich noch nicht immer hoch angeln ne gute Konstruktion will halt ein bisschen weiter haben also weil hier ist noch Zeug und da kannst du nicht noch lange halten hier nach links okay hier ist nur das Ding ach so das ist ne das aber da ganz oben da ne da ist glaube ich nix mehr sieht zumindest nicht so aus also ich kann da geht auch keine Kamera hin und nix also ich glaube nicht dass ich da noch hochkammer oh guck mal das ist natürlich gebraucht ich sterbe die ganze Zeit ich hangel nämlich jedes Mal in diesen scheiß Moogestern rein okay ich denke wir haben alles Kannst du mir das Ding weg machen hier unten ist aber noch ein links unten nicht nach außen oh oh ja so geht es natürlich auch Ich hab entertainer kur Stefan nicht in dr près Lumi kann sie die Sachen hier mal rausholen, hier unten links, ich kann es nicht einlaufen. Da oben ist noch viel mehr Zeug, Lumi. Hier unten links. Warte mal, ne 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 ne! Links, Lumi, die Pfeffer, kann sie hier mal wieder rausholen. Und das zweite, glaub ich auch noch hochheben, damit ich da hinten komme. Warte, 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 warum greift das nicht mehr? Unter Umständen, kann man das irgendwie... Das ist festgebunden. Kann ich da von oben rein? Ja, das ist festgebunden. Nee, da kann ich nicht rein. Felix, kannst du das irgendwie, kannst du das wegschießen oder so, hier unten durch? Keine Ahnung. Das Seil. Ja, dass das Seil kaputt geht. Ja. Perfekt. Noch mehr? Jetzt haben wir das alles, glaube ich. Jetzt kannst du von mir aus das Wasser wieder ranholen. Oder, warte mal, hier brauchen wir bestimmt auch wieder die Karte. Nee, ich glaube wir brauchen rechtes Wasser tatsächlich. Ich glaub's auch. Ich glaub's auch. Hier oben ist aber ohne Haufenzeug hier links, na? Das wisst ihr. Na dann, muss ich irgendwas hinwerfen? Nö, dann musst du Lumi da Sachen bauen. Äh, ich würd sagen, Lumi, kann ich erstmal meine Idee erzählen, bevor wir wieder hier... Die Kiste etwas nach links, wir gehen alle nach links und Lumi baut ne Planke und da drauf baut sie diese, hier Action. Meinst du mit Kiste das Fass, was hier schwimmt? Ja, ne, die Kiste, Fass, nenn's wie du willst. Da baut Lumi jetzt die Planke drauf, aber da musst du weggehen, Manny. Den hält nicht, weil das Ding rund ist. Ja, du musst ja nach links noch festmachen, da an deinem, ne? An deinem Vorsprung. Aber das ist beweglich, das schwimmt weg, würd ich sagen. Das ist jetzt schwierig, aber... Nee, das kannst du vergessen. Kann man nicht das an dem Felsvorsprung, wo du stehst, festmachen? Also hinlegen? Es ist ja nicht, das ist ja nicht verzweigen oder sowas. Aber wie kommt man dann da hoch, mal so als blöde Frage? Ja eben. Also ich kann hier nicht mein, mein Dingens nutzen. Also ich kann mich so hier hinstellen. Ja, ganz toll. Ich kann mich auch nicht nach oben rein. Also ich kann so eine Kiste auf mich setzen? Also als blöde Frage, kannst du auf mich Kisten setzen? Wenn ich hier so stehe? Geht's halt weiter runter, ne? Kann ich nicht da jetzt hochkommen? Jetzt müsste halt nur einer auf mich, dann da drauf springen, auf mich und auf die Kiste. Ne, du musst jetzt mal nach links zu Lumi. Ja, wie? Bevor die Lumi die Kiste da hinpackt. Kann man nicht einfach vielleicht von der anderen Seite oben runterfallen oder so? Irgendwann deine Kisten schwimmen? Ne, die schwimmen nicht. So, kannst du jetzt mal das Ding auf mich draufsetzen? Ne, Lumi ist grad woanders. Hier Lumi überlegt halt, ob es noch eine Alternativmöglichkeit gibt, weil irgendwie erschützt, das ist nicht so schlau, was wir hier machen. Oder du kannst es sogar in der Luft halten, dann kann man auf mich springen, dann auf die Kiste und dann noch weiter hoch. Ne. Ja. Ja, perfekt. Das war auch cool. Das hätte ich nicht gedacht. So, Hebel benutzen. Oh, mit Sicherheit ist wieder das Wasser hier, weil unten haben wir schon geholt gerade. Ne, dann werden wir es sehr wahrscheinlich nicht brauchen. Hm, wie machen wir das jetzt? Ich kann ja nicht dagegen schwimmen. Oh, wie ist das da? Das ist ja der neue, der neue Anti-Gravitations-Fall, wenn der nicht auf der Schlau gesetzt ist. Stimmt, der hätte uns da gerade richtig helfen können. Ja. Da hättest du nämlich hochfliegen können fast. Boom. Das ist ja geil. Der Feuerfall. Ding. Soll ich den Anti-Gravitations-Fall vielleicht weg machen? Ähm, geht gerade nicht. Wie lange hält denn das? Das war schon schon das Problem, oder? Wo wir diesen Bug hatten. Ja, da muss man lesen. Ja, da muss man lesen. Ja, da war auch so eine Blase. Ah, ich hab's gelöst. Aber das du... Ja, du hast diese blöde... Kannst du das einfach woanders hinschießen, das Feld? Hui. da ist noch so ein ding oben ist immer noch in der ecke ja ich komme ich hin ja schießt du den blöden gravitationsfeld woanders hin dann fällt es runter einfach das feld woanders hinschießen den gleichen fall noch mal in der andere ecke zwei davon haben können genau jetzt wird runter sehr schön du könntest das ding den das fällt ist mal irgendwie rechts an die an die ecke schieben wo wir drauf springen wollen das viel einfacher wenn du da das an die gravitations ding hinschießt perfekt und dann kannst du aber ich muss macht dem kapitel habe ich höre ich langsam mal auf heute 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 mache ich die miese hier oben ist aber das große ich brauche die marke muss mal kurz hier noch mal kurz hier mich gegen spinnchen verteidigen auch die morgen hat es auch wahrscheinlich ganz gut oder setzt einfach einen würfel brauche ich dann hier für kaputt haben braucht ja niemand mehr mich tatsächlich du könntest ja helfen indem du mir irgendetwas ich vermiet mich jetzt gar nicht drüber so habe ich das habe ich verkackt ich bin lieber noch auf den anderen auf den sicheren weg ne hier unten nicht da oben wobei mir reicht das kann man ja du kannst auch mich drauf glaube ich nicht in der luft wenn ich so fliege oder ja stimmt war ja was noch mal jetzt geblockt fast ja das ist hier das ist ja die mürge alles zusammen kreativere möglichkeiten rätsel zu lösen mit den ganzen sagen ja das stimmt hey cash caro ähm wo geht es denn hier weiter jetzt wo ich gerade angekündigt habe dass ich nach dem level aufhören ja dann musst du doch noch ein bisschen länger machen würde ich sagen wenn leute jetzt kommen ne 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 da unten ist ein gegner friss da unten gibt es noch noch viel noch dinges wie heißt es wo willst du noch was da gibt es noch zurück ah ja ich glaube ich auch noch was mir gefehlt oder fehlt oder nee doch nicht ja das geht auch langsam auch nicht mehr wir brauchen dich nicht mehr das gefühl irgendwann kein zauberer der der ding ins alles irgendwie schon da ich brauche mal ohne mail niemand will meine blöden du kannst euch einen turm bauen das wäre schön ach doch mit den kleinen ja oder so braucht man ja nicht ja doch braucht man ja nicht mehr egal aber der komm ich nicht hoch wir müssen erstmal hierher kommen ja ja bin ja da ja wie schön langsam der Pfeil da fliegt ey nein ich bin gegen ich bin mir den Kopf dagegen oder ich schmeiß die Kisten runter ja wir wirfen meine Kisten und die brauchen so drei Jahre bis sie unten sind geh weg mit deiner doofen Kiste du hast mir die Kiste im Weg moment du mach deine doofe Kiste weg ich kann sie nicht weg machen das ist der letzte Skill von der Wobenschützin was meiner kann für dich oh ich hab's immer noch nicht nachgeguckt was meiner kann warte Benni erst das Einer du musst Geduld haben so ich und Geduld ich bin der Krieger ich will die Sachen kaputt hauen oh